Dieses zu erwerbende renovierungsbedürftige 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt im Kreis Bad Dürkheim. Das im Jahr 1974 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 274 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 159.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.